Musik Grüß Gott, mein Name ist Stefan Wagner. Ich bin Chorregent an der Kirche St. Michael in Schwab, München. Sie werden auf dem Video sehen, dass die Kirche St. Michael eingerüstet ist. Das ganze Jahr 2020 findet die Innenrenovierung statt. Orgelmusik soll zu Herzen gehen, aber sie soll auch manchmal heiter sein. Deswegen hören Sie ein Stück des elsässischen Komponisten Martin Vogt aus dem 18. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020